hallo und herzlich willkommen zu mr luke zock pro cycling manager 2021 heute geht es weiter mit der vuelta de españa etappe 4 und 5 und hier werde ich jetzt heute versuchen natürlich mit michael messius einmal besser zu machen als in der letzten folge wir möchten unseren ersten etappen sieg wenn ihr lust auf mehr pcm 2021 habt abonniert auf jeden fall meinen kanal und gibt mir immer feedback ob ihr lust auf derartige videos habt sei es via like oder kommentar auf der etappe ist nicht sonderlich viel los nur eine sprint wertung und dann die zielankunft in molina de aragon dementsprechend konzentriere ich mich natürlich hier jetzt auf den ziel sprint mit michael messius heute plus zwei tagesformen da haben wir eigentlich einen guten sieg kandidaten vorne haben wir soto sanderland und nie falls ausreißer aber ja auch ansonsten 0 bergpunkte zu holen da werde ich mich sicherlich auf anderen etappen auch mal als ausreißer betätigen aber nicht heute wir nehmen hier das rennen selber in die hand und schließen jetzt die lücke zu den ausreißern nick schulz verrichtet hier seine arbeit nur noch 20 sekunden dann haben wir die drei führenden hier auch wieder gestellt und konzentrieren uns dann auf die sprint anfahrt wir haben jetzt erstmal noch ein längeres stück ja so eine absteigen ein abfallendes profil bis zu ja zwei drei prozent sage ich mal insgesamt immer wieder schneller werden aber der schluss der etappe der ist leicht ansteigend also so die letzten 500 meter schätzungsweise gehen ein paar prozent hoch also nicht zu früh zünden wir haben hier aber eigentlich auch ja ziemlich gute anfahrer mit metzgäsch und stannard vorne jetzt hier aber leider ein bisschen eingeklemmt aber wir wollen jetzt hier mal auf der rechten seite ausbrechen und damit ich nicht so viele fahrer habe übernehme ich jetzt mal mit hausen leider geht meine tastatur gerade nicht wegen diesem nervigen bug ich habe gerade auf leertaste das classment aufgerufen und dann ja ist das manchmal ein bisschen buggy die letzten zweieinhalb metzgäsch kann jetzt schon mal anziehen würde ich sagen dann habe ich immer noch rob stannard so auf 1,4 und michael matthews sollte jetzt langsam mal hier hinten rauskommen an trentin an standard vorbei hoffentlich an trentin matthews bergab bergauf gegen court nielsen und es sieht sehr gut für uns aus knapp lange zeit leider ein bisschen eingesperrt aber matthews gewinnt vor court nielsen und akamburu jawoll da ist endlich der erste sieg hier für uns eingetütet das ist natürlich aber auch eine etappe die maßgeschneidert für den australier ist in der punktwertung ist matthews dadurch jetzt nur noch drei punkte hinter primos roglic auf dem zweiten rang haben wir uns schon mal gut nach vorne gearbeitet und weiter geht es mit der nächsten etappe etappe nummer fünf komplett flach allerdings fast die ganze strecke hier dem wind ausgesetzt also da kann natürlich einiges passieren gerade in pcm ja ist das sofern sich da nichts dran geändert hat meiner meinung nach immer noch ja völlig imbalanced also hier kann quasi alles passieren wir können das feld auseinandernehmen und mit fünf minuten vorsprung gewinnen wir haben teilweise gar nicht so schlechte leute fürs flache würde ich sagen aber ja das ist auch immer sehr fragwürdig das dementsprechend auszunutzen würde ich sagen so richtig spaß macht das auch nicht ich bin mal gespannt wie sich das rennen hier so entwickelt es geht hier schon gleich zu beginn des renns kräftig auf die windkante 34 km h haben wir hier puccio vom team ineos und auch ja die ganzen wind klassiker fahrer von die könig quickstep treten hier kräftig aufs pedal ich würde das jetzt von meiner seite aus eigentlich nicht forcieren wollen hätte auch nichts gegen einen normalen ziel sprint um damit messius rein zu halten aber ich will natürlich jetzt hier auch nicht ins hintertreffen geraten mit meinen fahrern vor allem mit lucas hamilton deswegen müssen wir natürlich auch mit fahren und das nächste mal wird hier angezogen wie wir sehen hier hinten fallen einige fahrer zurück oh team movistar ist hier ein bedrängnis superman lopez und enric mass sind hier hinten aber anscheinend ist das tempo jetzt im hauptfeld wieder etwas niedriger dachte ich gerade weil hier manche wieder ausschließen zum beispiel group harmer mit drei fahrern aber movistar hat es noch nicht geschafft auch unsere fahrer werden hier immer wieder gesplittet lucas hamilton ist einfach nicht für sowas gemacht oh nein oh nein es ging hier rauf auf die windkante und lucas hamilton hat hier den anfluss verloren ähm ja da muss ich hier natürlich versuchen junge warte doch warte doch gerade äh ihn wieder ranzufahren mit metzkesch und niebe die jetzt hier noch hinter ihm sind ja es geht hier ständig rauf auf die windkante so schnell kann man gar nicht gucken und da ist man schon weg vom fenster das darf natürlich nicht passieren dass hamilton hier zeit kassiert dementsprechend sollte ich hier nochmal andere helfer abstellen wobei jetzt gerade sieht es hier sehr sehr langsam im feld aus also dass wir hier auch wieder ran fahren können sehr schön der erste schreck erst mal verdaut die letzten zehn kilometer zum ende hin ja wird hier jetzt nochmal tempo gemacht allerdings nicht so krass wie ich es befürchtet hatte also ja was hier riesige abstände anbelangt erst mal entwarnung aber abstände wird es dennoch geben und zwar auch jetzt oh mein gott während ich das gerade sage müssen wir hier ein bisschen zusehen ich fahre einfach mal nach rechts rüber dass wir hier mit unseren jungs vorne dabei sind denn grupama zernimmt er zerlegt hier gerade ein bisschen das feld so ich ziehe jetzt hier mit zeitz und schulz rechts an aber wo ist messius oh nein messius ist leider nicht so ganz am hinterrad bin hier eigentlich schon zu spät dran ich sprinte einfach mal los bevor es gleich zu spät ist ich hoffe messius kann das ding von vorne hier durchziehen chimo lei oder messius chimo lei gewinnt das ding am ende dritter wird hamilton mein gott was für ein verkorkstes finale hier aber wichtig war erstmal dass wir im gc keine zeit verlieren daher am ende doch noch mal ein bisschen panik entstanden ist hat nicht ganz gereicht zum sieg aber vierte etappe gewonnen fünfte etappe zweiter rang das sieht schon mal gut aus für michael messius im kampf ums grüne trikot denn wir übernehmen jetzt auch grün hier mit 59 punkten 15 punkte vorsprung vor primos roglitz und auch in der gesamtwertung hat sich etwas getan lukas hamilton sich auf rang sechs nach vorne gearbeitet schauen wir uns doch mal an wer hier jetzt auf dieser windkanten etappe zeit verloren hat die ersten 61 fahrer sind zeitgleich ins ziel gekommen und danach fällt direkt u kathy ins auge zwei minuten hat er kassiert als 62 star ebenso wie alejandro valverde und pavel zivakov des weiteren haben wir noch jack haig und the goat himself fabio aru die hier zeit verloren haben aru sogar ganz am ende hier fünf minuten und eine sekunde das war's für heute mit der vuelta ich hoffe ihr schaltet beim nächsten mal wieder ein wenn es heißt mr luke talk pro cycling manager 2021 vielen dank fürs zuschauen ihr gebt mir gerne ein like und lasst ein abo da macht's gut und bis zum nächsten mal ciao